Doch bin mein Weg gegangen, rock your steak heute elegant, kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant, real G, deine Meinung nicht in der Wand. Lauf durch die Bank mit den Rags in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Einmal von Brian, das kostenlos. Einmal von... Ein herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Es ist heute der 30.12., das heißt der vorletzte Tag im Jahre 2022 und ich glaube damit auch das letzte YouTube-Video auf meinen YouTube-Kanal. Mein Name ist Niklas Wurzern-Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem... Mein Name ist Niklas Wurzern-Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal, was wir heute machen. Ihr seht, habt viel Spaß, liked das Ganze, kommentiert das Ganze und abonniert diesen Kanal. Los geht's. Ey, Willi? Ja, was geht? Ich bin bei dir. Ach, nix, diese Lockere. Nein, wer bist du? Wer bist du? Habibi. Wer bist du? Habibi. Boah, duhst Gipschmilch? Krass. Den Blick gibst du mir? Ne. Seid ihr ein Paar? Nein, bist du behindert? Nein, niemand. Bruder, ist doch alles cool. Wie lange kennt ihr euch schon? Lange. Ja, Bruder, das ist ein Bruder. Wo habt ihr dann gemerkt, dass ihr euch mehr mögt als andere? Like, Willi, ich liebe dich, hör auf, sowas sagen. Er sieht aus wie ein Streamer. Ne, aber das nehme ich als Kompliment. Du? Schwarzer, Mann! Was ist das? Blackie, from Germany. Blackie. Ja, you? Ja. I'm from Kazakhstan. English? Hm. 1-10 Vita-Welt? Hm? Ey, Willi, ich schwöre, Flick. Flick, Flick, Flick. Nein, nein, bei Gott, nein, Witz ist nicht flick. Nein, ist nicht flick. Es geht. Ey, gut, es ist nicht flick, ich schwöre, es ist flick. Ich schwöre, es ist flick. Es geht. Next idea. Aus welcher Stadt kommst du? Aus Essen. NRW. Hey, NRW. Like, ich will mich nicht oft wiederholen. Ist er von TikTok? Er sieht aus wie von TikTok. Das ist nicht echt. Ich bin echt, hi. Warum steht er Brasilien eigentlich? Ey, fall ab, du gehst so. Ah. 10, 1 oder 10? 10? Vita-Welt? Tag. Ja? Ja, ja. Ja, mein Bruder. Mein Bruder ist meist schon wieder leer. Ich schwöre, es ist so krass. Oh, wow. Oh, wow. 10. 10? Yeah, 10. 10? Ich schöne, nur noch am Handy. Oh, diese Lockere am Handy, ne? Ja, ja. Bisschen liken? Nee, nicht so viel liken. Gar nicht liken. Was machst du am Handy? Wir sind am Fortnite-Granten. Ja, Mann. Ähm, wenn Eli heute streamt, könnt ihr mit dem paar Community-Games machen. Ja? Ja, der geht auch sicher in die Lobby. Da kannst du einfach nachjoinen. Du hast nichts besseres zu tun, um 3.40 Uhr mich zu snipen. Du Loser. Du hast nichts in deinem Leben geschissen bekommen. Aber man braucht doch Discord oder sowas hier, ne? Nein, du musst einfach gleichzeitig suchen. Der feiert das so krass. Bist du echt? Bist du real? Oh mein Gott. 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 Sag was liebes. Äh, ich liebe dich. Nenn mich Daddy. Komm, halt small, aber einfach nicht. Oh, Daddy. Hey, Junge. Penel, bester Mann, der ist größter Penel-Supporter. Mein Bruderz. Ey, Jungs. Gala, aber besser. Nee, die bester Mann. Aslan Benel, hau rein, ja? Mädels, ich habe Probleme mit meinen Extensions. Was mache ich? Extensions? Ähm, zum Friseur gehen und fixen. Ja. Ich bin ein Mann. Aber jetzt rein, Mädels. Also guckt mal, das wächst hinten ganz, ganz uneben. Ich habe hier... Ja. Trinkt ihr Alkohol? Nö. Trinkt ihr Wasser? Ja. Trinkt ihr Vita-Welt? Okay, entscheidende Frage. Zehn Jahre Gefängnis, Knast oder nie wieder Vita-Welt? Zehn Jahre Knast. Gotcha. Hallo, was ist es? Du bist gut? Ja. Wofür sind Sie? Nein, ich bin nicht von Brasilien. Wofür sind Sie in Brasilien? Nein, im Moment nicht. Ich bin in Deutschland. Also sprichst du Deutsch. Ah, I'm not so good. A little bit so. Kommst du aus Brasilien? Ne. Ja, aber ich bin aus Brasilien, darum hatte ich ein bisschen Hoffnung. Ehrlich? Ja. Red mal Portugiesisch. Ich bin in Brasilien geboren und sie ist meine Cousine, also sie ist ein bisschen, sie hat Wurzeln von Brasilien, also sie ist auch Brass, also sie hat Wurzeln davon. Ich bin ziemlich nervös. Nee, das ist nicht für die Dinger. Nee, das ist nicht für die Dinger. Ey, das kriegst du euch auch für die Geporten. Nicht das Sammacht. Mach die Kamera weg! Mach die Kamera weg! Tschüss! Tschüss! Hi. Sorry, ich hab grad keine Zeit. Gott. Ich bin aus Brasilien und sie ist aus Brasilien, aber ich wohne in Deutschland. Ah, so, you both speak German only? Na, sie ist von Brasilien, äh, äh, von Brasilien. Yeah. Und ich wohne hier, in Deutschland. Oh, okay, ich hab das, ich hab das, ich hab das, ja, ich hab das. So, wie alt bist du? Ich bin 19, sie ist 20. 20. Ja. Welche Stadt in Deutschland? In München. Ja, oh, Zafzi, dann sag mir doch, dass ihr aus Bayern oder aus München seid, Mädels. Ich hab das gemacht. Das glaube ich ja gar nicht. Ich kann ja Bayerisch, so ist nett. Hättet ab mir gesagt, ich kann kein Deutsch, aber Bayerisch ist was komplett anderes. Ja, aber hör mal. Bist du deppert, ey. Bist du YouTuber? Ja. Echt? Ja. Wie heißt du? Crypeace. Was? Crypeace. Also, du bist YouTuber? Ja, ja. Was machst du so für Videos? Oh, viel. Meistens so halt beauty hauls. Also zum Beispiel Fingernägel, naturell, Adama von Delay Sports. You are famous. Nah, not famous. Hot. Wow. Hot. If Christiane Ronaido write you on Instagram, do you answer? No. Bleh. If Neymar send me a message, send me a message. I will, I will answer. Ja, of course you do. Ne, Ma, it's a hot boy. Oh my God. Me also, huh? You know. I'm a hot boy. But, but you are, you are, you are handsome. Oh, nice. Was, was sagt dir? Fener, Besiktasch oder Gala? Fener. Fener, Awe, Feneru. Aslan, Venem. Shababs. Was? Shababs. Was ist das? Shababs. Shababs, botten, grünen Augen, brunnen, locken. Ach so. Du bist YouTuber? Mhm. Wie heißt es auf YouTube? Niklas Wilson. Warte mal. Uh. Why always Lee? Uh. Ellie Geller. Du willst mich? Nein, 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 nein. Schmidt nehmen. Dann möchtest du mein Outro machen? Was müssen die Leute machen? Liken und abonnieren. Die Glocke aktivieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne. No. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Du musst nur deinen Mund so aufmachen. Nein, nein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ein Abo und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Mein Name ist Niklas Wilson. Und an dieser Stelle heißt es, es geht 1, 2, 2, 1. Heißt da nice guys, so high school, musical, american, pie.